100 kW, ich bin schon mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, Miechen, ne? Miechen, sind wir gespannt? Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Da vorne gibt's 150, 150, bin immer noch bei 23. Wie? Immer noch 23. Ne, Miechen. Akku ist ziemlich kalt. Vielleicht liegt's daran. Aber ich würde mal sagen, das spricht dafür, Juicer mit D10 nicht weiterzubeziehen. Da reicht mir AC. Für die Geschwindigkeiten reicht mir AC. Wir sind schon bei knapp drei Minuten. Und das ist immer noch so langsam. Ich würde dann auch einfach gleich weiterfahren, weil das macht ja so keinen Sinn. Nimm Miechen. Dann laden wir eine Drachenschucht. Dann laden wir AC. und machen nebenher was anderes. Dann laden wir alle. So. Ich bin wir.